für ja ein bisschen Spaß muss sein genau okay, ich dachte schon da hast du deinen Spaß, da kommt Zombie HAAA AAAAAA Mal weg Alter überall scheiß Monster hier Ist halt eine Höhle, ne? Man muss über sich was denken, was denn jetzt los, alter, Herzinfarkt kriegt da wird. YOLO. Mein Gott, alter, ich geh raus, ich hab keinen Bock mehr in der Höhle. Ich hab so Angst. Ich seh dich. Ich seh dich auch. Hallo. Ich hab die Lava zugebaut, deswegen sieht's hier so aus und da oben waren Diamanten. Ach so, wie geht's mir da raus, Schatz? Da ist nix mehr. Weißt du, wie's rausgeht? Das ist noch ein Weg. Ja, weiß ich, das kann ich dir sofort zeigen. Ah, hier geht's aber nirgends vorhin. Okay, ähm, komm mit. So, jetzt noch kurz hier lang und da wären wir wieder und es wird gerade Nacht, natürlich wird es das. Es wird immer Nacht. Hammergeil. Chocopo. Hallo. Hab ich gezüchtet, hab ich gezüchtet, hat einen roten Halsband, ist meiner. Komm, Charly, komm. Komm. Kommt ihr dir? Nö, alles gut nicht. Ach, ich will den Baum aufbauen. Puff. Ui. Du, 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 du. Äh. Muah. Boah, Alter. Der ist voll erschrocken. Ja, ich auch. Ey, der hat nen Kackfeder drausgelassen. Danke, Chocobo. Max, wie macht man sich nen Chocobo? Sattel. Ähm, muss nachschauen, äh, oh. Spinnen, äh, Spinnendingsbums da und dann, äh, ne Feder müsste es sein. Boah. Das war schwierig jetzt. In Google muss nachschauen, der ist eigentlich. Stehstöpfe. Echt? Ja, der hat es nicht gehört. Nein. Ich schaue, ich höre ich. Was ist, ich bin darauf merken und ich höre es trotzdem. Ich hab's hinter dir. Boah. Ich fasziniert einen Arsch. Was? Warum? Ich weiß ganz genau warum. Ich liebe dich auch. Ich dich auch. Ich dich auch. Ich dich auch. Sind es deine Diamanten? Ja, sind meine Diamanten. ich habe es wird noch mal ich weiß nicht wie viel Geld hast du er hat da sind wenn ich habe nur die von mir rein und alles ja nur eben schätze ich wahrscheinlich vermischt aber egal wenn du willst wenn du willst nur wenn du willst das gibt uns im Haus der Film nicht schlecht gerade wieder raus gerade wieder über alle Montag will das Haus in die Luft das Haus in die Luft ja klar macht total Bumey macht total Bumey wo hast du nur die ganzen Marvel reingetan äh ahja ich sehe es schon warum habe ich noch ein Backpack im Rucksack äh was ich habe nur noch von Meisterstein nehmen meine glaube ich ja ich bin 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 wir könnten mal Türen bauen dann würden die Viecher auch nicht dauernd reinkommen ja da hinten steht noch die構en das ist nicht so einfach so einfach so eine normale Tür hier einfach so hin betonieren ja das ist ein bisschen langweilig aus nein ich weiß was Besseres er war mal schnell weil die Kübra kommen nach dem Leben der Creeper der Creeper kam oh nein das ist ein Glas bräuchten wir auch mal was war ich denn gerade Schatzi? ja gut, hast mich gedacht Schatzi für die Schäfer dir Schatzi aber warum denn in-house-Glas Schatzi? äh, das schaut doch besser aus als so ein hohles Ding da ich weiß nicht, oh ja warte mal ich mach hier jetzt, weißt du was ich hier vorhabe? watch warte wehle, äh, wehle, 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 weahle, hehe pass auf, schau das ich da, also, dass wir hier nicht extra ne Tür bauen, das ist, das ist nur zum Gang nach unten okay was war ich hab ein screenshot gemacht ach so ähm dass ich hier dann ein gang nach oben wei schleim ei som ah gut war so langweil er ja ey ich hab mich nur vor dich gestellt die anderen zwei sind ziemlich ruhig ja hallo ja 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 ich bin ganz beschäftigt wenn am Piratenschiff alter zu den ganz großen 4 5 6 was drauf geht 15 15 15 15 1 3 4 5 6 5 3 4 5 6 wer hat aufgelegt 5 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 6 5 5 7 5 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 David Warte Bis gleich, Jungs So Jetzt geht es weiter Ist aber nicht synchron zur Tür, Schotzi Ich frage mich, was du da gerade machst Ja, wenn du da runterbaust, dann musst du hier halt hochbauen Müsst du ja nur irgendwie hochkommen Okay Ja Boah Tagdorf in der Tür oder was? Wo? Ja, hier, bei uns, da Hause Achso Alter, ich kann dem Skritt keinen Schaden, ey Warum? Nein, ich nicht, alles tut es nicht gleich Na, komm her Es guckt Oh Da Oh Oh Lol Ich hatte überhaupt gar keinen Schaden gemacht Voll der Scheiß Okay Ich hab das ein komisches Item von dem bekommen Ja Es war auch irgend so ein besonderes Wir sollten gleich mal echt Türen bauen Damit hier nicht immer Takt auf die Tür ist Ich kümmere mich mehr nicht mehr drum Ich fühle mich löchert Ja, 3, 1, 2, 3 So Alter, komm, verpisst euch mal, ihr Monster So viele da So viele Monster Ja Ja, scheint so Perfekt So Wir haben noch viel Marble, oder? Jawohl Jede Menge haben wir Oh, siehste War ich wieder fleißig Ja, ja, nur du, ne? Nein, ich mach mal mit dem Marbleschwung So Ich kann hier oben direkt mal weitermachen mit der Wand Ja Was baust du da? Was baust du da? Äh, nur so ein... Hab ich dir gesagt, oder nicht? Ähm, nein Oder ich hab's schon vergessen Ah, lol Hast du aber gut gemacht mit der Treppe Ja Ich auch Einmal... Ah, bevor ich da mit dem anfange Ich gehe noch ein bisschen runter Ähm, ich brauch noch... Ach, da haben wir Sand, genug Sand. Ja, klar, sollten wir hier ein bisschen mehr mitarbeiten, müsste das hier so. Ja, weil sie nicht abgesperrt auskommt. Das ist gar nicht, was wir hier alles hinbauen sollen. Es gibt viele Sachen. Geschmack. Eigentlich mehr.